Hallo und herzlich willkommen und heute auch fröhliche Weihnachten, liebe Angelfreunde. Heute ist es soweit, unser Adventsgewinnspiel endet. Ich hoffe, es war für euch eine kleine Freude, mich mit der Buchstabensuche durch die Adventszeit zu begleiten und möglichst viele haben auch den richtigen Lösungssatz finden können. Viele Teilnehmer haben ja sogar öffentlich geraten und so auch dem einen oder anderen auf die Sprünge geholfen. Ich war so frei und habe das nur anfangs etwas kommentiert, ansonsten habe ich euch etwas raten lassen. Bevor jetzt viele Ungeduldige nachträglich wann und wie es weitergeht fragen, alle Teilnehmer haben jetzt noch Zeit bis zum 26.12., also übermorgen, den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ihr könnt die Weihnachtstage in Ruhe nutzen, alle Videos noch einmal zu prüfen und den Lösungssatz zu finden, an uns dann auch einzusenden. Bitte schickt uns nur E-Mails an info-at-angel-usssat.de Wichtig für die Verlosung wäre euer Abonnentenname und ideale Hilfe, gleich euren Namen, vielleicht sogar gleich mit Anschrift dazu zu setzen. So können wir ohne Rückfragen die glücklichen Gewinner möglichst schnell verkünden. Ich würde dann möglichst zeitnah versuchen, ein Video mit den Gewinnern der Preise bekannt zu geben. Bitte seht es mir nach, wenn das nicht gleich am 27.12. passieren kann und gebt mir ein paar Tage Zeit dazu. Ich werde es aber sicher vor dem Jahresende machen. Jetzt wünsche ich euch ruhige und besinnliche Feiertage, fröhliche Weihnachten, vielleicht sogar mit etwas Petri Heil, denn ich habe ausgerechnet an Weihnachten schon oft sehr schöne Fische fangen können. Probiert das ruhig mal. Ich bin sicher auch ein paar Stunden draußen. In diesem Sinne, feiert schön, lasst euch ordentlich beschenken, vielleicht sogar mit etwas Angelzeug. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Uli Bayer.